Ist denn der Kryptoabschutz eine gesunde Bereinigung auf dem Markt? Pessimisten interpretieren die spektakulären Pleiten und Kursverluste an den Kryptomärkten als Indiz für das nahe Ende aller Kryptowährungen. Doch sie liegen falsch. Endlich verschwindet diese ganze Kryptohokus-Pokus. So oder so ähnlich werden derzeit die Turbulenzen an den Märkten rund um den Bitcoin, Ether und kryptobezogenen Unternehmen kommentiert. Tatsächlich haben die beiden wichtigsten Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, seit dem Allzeithoch Anfang November Kursverluste zwischen 70 und 80% verzeichnet. Zudem sind einige Kryptowährungen regelrecht verdampft. Es gibt sie einfach nicht mehr. So verlor ausgerechnet die als Stablecoin vermarktete und den US-Dollar gekoppelte Terra Luna innerhalb weniger Tage die komplette Marktkapitalisierung von 17 Milliarden US-Dollar, weil Anleger in Reaktion auf einen Wertverlust in Panik geraten sind und den nicht mehr so stabilen Stablecoin so rasch wie möglich gegen andere Währungen eintauschten. Der unregulierten Kryptobank Celsius wieder vor ähnliches, als sie Schwierigkeiten bekundete, die Anleger auszuzahlen, die ihre bei Celsius angelegten Kryptowährungen abziehen wollten. BlockFi, ein Anbieter mit vergleichbarem Geschäftsmodell, geriet ebenfalls in Schwierigkeiten und mussten von der Kryptobörse FTX gestützt werden. Auch der Hype am Markt für den Non-Fungible-Token, kurz NFT, geht offenbar zu Ende. Für den ersten Tweet des Twitter-Mitbegründers Jack Darcy wurden im April nur noch 270 US-Dollar geboten. Gut ein Jahr zuvor hatte Darcy den NFT noch für 2,9 Millionen US-Dollar veräußert. Doch was ist da eigentlich los und warum ausgerechnet jetzt? Um Vermögenspreisblasen zum Platzen zu bringen, braucht es nicht unbedingt einen konkreten Anlass. Es ist wie bei einem Luftballon. Wird dieser immer weiter aufgepumpt, platzt er irgendwann auch ohne Nadel. Allerdings gibt es auf dem Kryptomarkt durchaus einige Nadeln, die dazu beigetragen haben, dass die Nervosität der Anleger sprunghaft zugenommen hat. Das ist zum einen eine allgemeine Verunsicherung durch den Ukraine-Krieg und die Rezessionsängste. In einem solchen Umfeld steigt die Risiko-Aversion. Kryptowerte gehören ganz offensichtlich zu den risikobehaftesten Assets, insbesondere aus der Perspektive der traditionellen Anleger und Investoren. Diese stoßen in unsicheren Zeiten Risiko-Assets wie Technologieaktien, Unternehmensanleihen mit unterdurchschnittlicher Bonität und eben auch Kryptowährungen eher ab. Insofern ist es ein Fluch und Segen zugleich, dass sich zuletzt zunehmend auch Institutionen der etablierten Finanzwelt am Kryptomarkt engagiert haben. Ohne ihr Engagement wäre es vermutlich mit den Kursen von Bitcoin und Co. in den vergangenen zwei Jahren nicht so steil nach oben gegangen. Jetzt aber sind sie vermutlich der wichtigste Treiber des aktuellen Abwärtstrends, der halbwegs parallel zu den Kursverlusten an den Aktienmärkten verläuft. Zudem spielt die von nahezu allen wesentlichen Zentralbanken eingeleitete Zinswende, die auch die langfristigen Renditen für Staatsanleihen erfasst hat, für viele Kryptoanleger eine wichtige Rolle. Zur Zeit der Negativzinsen waren der Kauf von Bitcoin und Ether und deren sagenhaften Kurssteigerungen angesichts der jahrelangen Dürre bei traditionellen Zinsprodukten eine verlockende Alternative. Manche Anleger ließen sich auch von vollkommen unrealistischen Zinsversprechen einiger Kryptoanbieter blenden. Jetzt, da langfristige Bundesanleihen wieder eine positive Nominalrendite bieten, nimmt der Leidensdruck wieder ab und die Anleger wenden sich wieder den traditionellen Finanzprodukten zu. Das gilt natürlich zu Lasten der Kryptowährungen. Nichtsdestotrotz, warum das Kryptoprinzip trotzdem unkaputtbar bleibt, erkläre ich dir jetzt. Daraus zu schließen, dass nunmehr das Ende des gesamten Sektors eingeläutet wird, ist allerdings ein Trugschluss. Sowohl die Historie als auch der mit neuen Blockchain-Technologie vermundene Nutzen geben klare Hinweise darauf, dass Kryptoassets mit all ihren Facetten nicht nur eine Zukunft haben werden, sondern ihr disruptives Potenzial auch über kurz oder lang entfalten werden können. Zunächst sollte man nicht den Fehler begehen, die unterschiedlichen Geschäftsmodelle in der Kryptowelt über einen Kamm zu scheren. Bitcoin und Ether basieren auf hochgradig dezentral organisierten Blockchains und sind daher von ihrer Konstruktion eher sehr robust. Die kodierten Protokolle haben Anreizsysteme, die die jeweilige Blockchain nahezu unkaputtbar machen. Selbstverständlich schließt das Kursschwankungen, die den Wert der jeweiligen Blockchain widerspiegeln, nicht aus. Im Gegensatz zu Bitcoin und Ether sind Terra, USD und Celsius zentralisierte Anbieter, die angesichts von Renditeversprechen von jährlich 18% und mehr mit dem Konzept des Decentralized Finance, kurz DeFi, nichts zu tun haben. Die Stablecoin DAI und DeFi Projekt par extra loss hat auch den Kollaps von Terra, USD hingegen nicht reagiert und nicht von seiner Stabilität eingebüßt. Doch lassen Sie uns da mal ein paar Jahre zurückgehen. Wie war das denn damals mit dem Internet? Weiter ist festzustellen, dass selbst gewaltige Kursverluste bei Kryptowährungen nichts Ungewöhnliches sind. 2011, 2015 und 2018 verzeihtete der Bitcoin Preisrückgänge von jeweils mehr als 80% ausgehend vom zuvor erreichten Rekordniveau. Anleger, die sich schon länger in diesem Markt bewegen, sind daher durchaus gelassenen trotz des derzeitigen Bärenmarktes. Historisch jedoch bietet sich der Vergleich mit dem Platzen der Dotcom-Blase kurz nach der Jahrtausendwende an, die ja ebenfalls nicht mit dem Tod sämtlicher Internetwerte bedeutete. Gemessen am technologielastigen Nasdaq betrugen die Kursverluste zwar knapp 80%. Zahllose Unternehmen mussten Insolvenz anmelden und verschwanden. Das Internet aber ist geblieben. Mehr noch, ein paar Jahre später ging es erst richtig los. Die Digitalisierung revolutionierte die Wirtschaft. Der Aufstieg von Tech-Giganten wie Amazon, Facebook und Google begann. Dabei hat der Nobelpreisträger Paul Krugman 1998 noch gesagt, im Jahr 2005 oder so wird klar werden, dass die Auswirkung des Internets auf die Wirtschaft nicht größer gewesen sein wird, als die von Faxgeräten. Aber wie geht es denn jetzt nun weiter? Solange die allgemeine Risiko-Aversion anhält, wird sich die Spreu zunehmend vom Weizen trennen. Übrig bleiben werden dezentralisierte Kryptowährungen mit einem guten Markennamen, sowie DeFi-Projekte, die diese Namen verdienen. Also tatsächlich weitestgehend dezentralisiert sind. Unregulierte, zentralisierte Kryptobörsen dürften es schwer haben, einen kommenden Kryptowinter schadlos zu bestehen. Dasselbe gilt für unregulierte Stablecoins, es sei denn, sie sind dezentral aufgebaut. Darüber hinaus kann sich diese Krise als überaus hilfreich erweisen, weil sie die Schwächen der bisherigen Geschäftsmodelle gnadenlos aufdeckt. Die überlebenden Anbieter werden daraus lernen und die Robustheit ihrer Ansätze stärken. Gleichzeitig ist es zu erwarten, dass eine neue Generation von Anbietern kommt, die die fehlere Vorgänger von vornherein vermeiden werden. Im Ergebnis wird der DeFi-Sektor aller Wahrscheinlichkeit seine Vorteile gegenüber der traditionellen Finanzwelt zunehmend ausspielen können. Die Mittlerfunktion vieler Finanzinstitute dürfte an Bedeutung verlieren. Der Zahlungsverkehr könnte zu einem größten Teil über dezentrale Netzwerke stattfinden. Auch die Kreditvergabe über dezentrale Anbieter, die Kryptowerte als Sicherheiten akzeptieren, wird in Zukunft vermutlich eine bedeutende Rolle spielen. Mit der Tokenisierung von Vermögenswerten könnte bislang vergleichsweise liquide Werte wie Immobilien und Kunstwerke besser handelbar gemacht werden. Dies würde es einer breiten Bevölkerungsschicht erlauben, zu extrem niedrigen Transaktionskosten in diese Vermögenswerte zu investieren. Die Blockchain-Technologie und die von ihr abgeleiteten dezentralen und regulierten zentralen Geschäftsmodelle werden nicht verschwinden, sondern gestärkt aus der Krise hervorgehen. Die etablierte Finanzwirtschaft sollte diese Phase nicht missverstehen. Jetzt ist nicht die Zeit, sich beruhigt zurückzulehnen, sondern eine künftige Struktur des Kryptosektors aktiv mitzugestalten. Das ist meine persönliche Auffassung des aktuellen Kryptomarkts, was da draußen passiert, wo die Reise hingehen kann und wo ich die Reise persönlich sehe in den nächsten Jahren, die auf uns zukommen wird. Wenn du das genauso siehst, kannst du gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn du es anders siehst, kannst du es auch gerne kommentieren. Nichtsdestotrotz freut mich, dass du das Video gesehen hast und würde mich freuen, wenn du nächsten Sonntag auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein neues Video von Immotomi um 20 Uhr. Nicht vergessen, das Abo dalassen, die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.